Hallo, ich bin Vincenzo Vercella und bin im ersten Lehrjahr als Netzelektriker Fachbereich Energie. Heute zeige ich euch einen Einblick von meinem Alltag im EW Höfe. Die Haupttätigkeiten des Berufs des Netzelektrikers sind Kabelzüge, Freileitung, Kandelaber und Anschlüsse. Wenn du bei uns eine Lehre als Netzelektriker anfangen möchtest, musst du technisches Verständnis, handwerkliches Geschick und Teamfähigkeit mitbringen. Und wie ihr seht, das ist nichts für schwache Nerven. Das Kalibrieren und das Vorseilen für die neu erstellte Rohranlage mit einer Gesamtlänge von rund 34 km. Die im Hintergrund bestehende Freileitung wird im Frühling durch Mittel- und Hochspannungskabel ersetzt. Das Kabelanschliessen besteht aus dem Verkabeln vom ganzen Versorgungsnetz, das Anschliessen von Häusern, Gewerben und Industrien und wir sorgen, dass alle unter Strom stehen. Wir den Kandelab erstellen und betreiben, damit die Strassen in der Nacht beleuchtet sind. Wir müssen schauen, dass sie richtig funktionieren und wir die Messungen durchführen. Du siehst, ohne uns geht nichts. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn du meinst, dass du es packst, dann bewirke dich jetzt beim Ewenhofen.